Clubhouse. Leider nicht geil, weil dann könnten wir in den Strip-Raum. Und damit hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Serafina nicht Rekrut nehmen. Nochmal Rekrut. Da haben wir EMP-Mann, da weint schon etwas. Wieso? Weil Serafina ihn missachtet. Du meinst Kapitao, die missachtet? Der kann gar nicht mehr richtig weint, der hat nur noch ein Auge, der weint nur noch zur Hälfte. Umso mehr kommt beim anderen Auge raus. Es sammelt sich alles unter der Klappe. Dann kommt so ein dicker Wasserstrahl. Meinst du, wie beim Klauen aus deiner Blume in der Raum? Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ne, wirklich so in dem Durchmesser, wie die Augenhöhle ist, so ein fetter Strahl kommt da raus. Ja, aber wie beim Klauen. Ist wie so ein Tourtalk Hydro-Pumpe. Kapitän. Die Bar ist sauber. Dann geh ich in den Strip-Raum. Ich spiel jetzt Dart. Und ein Grapp-Raum. Ah, Grapp-Raum. Oh, ich hab sie nicht mal... Oh, nicht markieren dürfen. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Na, ich hab blöd gedrückt. Achtung! Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Seraphina bereitet schon akrebigt das Ace vor, deswegen wird grad geschwiegen. Die Bombe befustigt gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ah, Grünzeug. Da macht einer Spawn-Peak. Er hat's verkackt. Nein, was? Er ist vorausgegangen? Nee. Das war einer von uns. Was ist das denn? Wo war der Garage oder wo? Wie soll der denn Garage sein? Ich weiß ja nicht, wo Spawn-Peak. Da wo ich war. Wo warst du? Da wo ich gestorben bin. Ja, super. Wo warst du? Ich hab's gestorben. Ja, wo er gespawnt wie kann. Kapschro ist tot. Cool. Kann ich jetzt reingehen. Nee, da macht ja noch einer Spawn-Peak. Sprengbereich räumen! Sprengbereich räumen! Ja. Tape deatcht wer. Der Rapina spielt nicht mehr. Sie macht allein jetzt. Oh, oh. Nein. Wir haben einen Dock und der hängt in dem Waffellager oben auf der Kiste. Einer vom eigenen Trupp. Boah, stirbt doch schon wieder Blödigkeit. Hätte ich doch gerade erst mit Sophia. Und wie sieht der Ace-Plan aus? Hab keinen. Wie? So, da ist nie was. Gibt es irgendwie eine Kapital-Spiel-Herausforderung? Ja. Der arme EMP-Mann. Er ist abgeschrieben. Ja. Wir müssen eine Bombe aufschwören. Nicht bar, wollte ich sagen. MG, es wäre nett, wenn du dein Entschärfer-Abo wieder erneuern würdest. Erst wenn du EMP mal nimmst. Eure Drohne hat auch eine Bombe gefunden. Echo, ah, Finger weg. Blöder Mann. Nein, ich war doch gerade auf dem Weg in die Küche. Wie, wollt schon da was essen? Nee, wollte mal gucken, ob da noch ein Gegner ist. Zu dick für das Regal. Zehn Sekunden bis Einsatz. Fünf Sekunden. Biss mich halt noch. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Das ist ja hinterhaltig. Einfach hinter Rücks legen gelassen. Auf, Garage. Da macht er das Fenster auf und springt erst mal raus, ey. Warum auch? Hm? Hm, 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 hm. Den hinten ist Echo rausgegangen, Seraphina. Vorsicht. Der Entschärfer ist im Stripraum. Ist auch nicht gut. Oh. Das macht bestimmt auch ein Rückenbar. Entschärfer ist jetzt gesichert. Sprengmine zerstört. Wisst ihr, wer der letzte ist? Achtung, Extrusion! Sprengmine zerstört. Achso. Ich glaube, er ist auf der Treppe, oder? Ja! Für dich. Ach ja, für dich. Ich glaube nicht, Kapka. Ich weiß nicht, es sind Franzose, so dunkel gekleidet. Ich habe Kapka noch nie dunkel gesehen, aber das muss nichts heißen. Ja doch, dunkel kann er. Ich habe ja hier von diesem bei den Eventern gibt es auch dieses dunkle Outfit. Dieses dunkle, achso. Seraphina, zeigt mir das dunkle Outfit. Aber das, das war nicht. Das war nicht Kapka. Oder ist Sprengmine Ella? Sprengmine? Zugangssperre ist Kapka. Jetzt, wo du das sagst, Sprengmine ist Ella. Ach, das war nicht Ella, das war ein Typ. Aber die hat eine Ella. Ich habe halt bloß eine Sprengmine zerstört vorhin. Finde ich komisch, warum die Gritz-Mod schreiben, wenn man mit Ella zum Beispiel eine Gritz-Mod auslösen lässt. Aber im Gegenzug, wenn man als Angreifer einer Gritz-Mod zerstört, dann steht das Sprengmine. Eben, das bringt mich immer durcheinander. Ich habe auch ewig gerätselt, was Sprengmine ist. Bis ich es mal herausgefunden habe durch mit den Videos. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Die Wand ist sicher. Der Haltbrat wird eingesetzt. Das ist jetzt im Treppenhaus offen. Das ist aber ungünstig. Es haben noch zehn Sekunden. Schock-Drohne. Okay, hast du. Fünf Sekunden. Die Drohne fährt rein. Hab sie. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hätte halt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Die haben Ash. Das Loch kotzt mich an. Welches? Das Loch hier. Bargeldraumtreppe. Ich dachte, das andere. Claimer, Vorsicht. Claimer, meinst du? Termin macht auf. Mist, ich komme nicht an die Claimer ran. Claimer kaputt. Views hatten sie. Ich kann jetzt Terrasse gucken, wo sie aufgemacht haben, ob jemand ankommt. Es hängt jemand rot markiert. Geht wieder weg vom roten Ping. Rennt rechts. Hat sich rechts angehakt am roten Ping. Schildträger haben sie noch. Mina wird ausgelöst. Ich hab keine Lösung. Schildträger hier auf dem Vordorf. Oder oben. Okay. Gegner lokalisiert. Ich lade nach. Ich seh nicht, ob da jemand die Treppe hochkommt. Vordach seh ich jetzt nur, wenn jemand fast drin ist. Ist da noch einer auf dem Vordergrund? Ja, ist noch jemand. Aber ich seh nicht mehr, weil ich muss Drohnen umsetzen. Jetzt fährt was vor. Drohne fährt ins Serverraum rein. Drohne immer noch so. Drohne hat mich gesehen. Ja. Die ist an der Außenwand. Genau. Kaputt. Magazinwechsel! Vordach ist noch jemand raschelt. Schildträger. Treppe kommt jemand hoch. Treppen, Schildträger hab ich. Vordach ist jetzt jemand zu vier. Äh, Entschuldigung. Auf jeden Fall ist da jemand. Esch, Baustelle. Vorsicht. Esch, immer noch Schlafzimmer hinten. Baustelle. Vordach seh ich grad wieder. Ist niemand im Loch. Ein Gegner verbleibt. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Es rennt jemand. Ist das Treppe? Ja. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Wie mit dem Arm fuchtel, der Spritzenmann. Wir haben ein paar Kontaktgranaten. Reichen die? Nee, ich geb ja meine ab. Ach, Spritzenmann. Bells die eh für dich. Schenkst sie deinen Füßen. Ich hab die Beine irgendwo jetzt in eure Taschen. Keine Ahnung. Passend nicht aus. Die Gifler haben eine Vom Bells. Wir verteidigen sie. Die Gifler haben eine Vom Bells. Vorsicht, ich freuze ihn. Böses Auge einsatzbereit. Wart sicher. Böses Auge auf Patrouille. Es bleiben noch 10 Sekunden. Gift platziert. Nein, schon kaputt gemacht. Die Asche. Ich hab da noch... Hast du besorges Weg? Ich glaub, die haben einen Nomad. Und was kann ich ja? Schildträger drin. Ich seh ihn. Ah, rot markiert. Aber ich komm nicht von woanders jemand. Ich schlug Träger. Oh, jetzt ist er tot, der Spritzenmann. Rauchkanate drin. Die rauchen jetzt. Komm rein. Nomad will entschärfen. Nee, noch nicht. Was? Das kann ich noch erwischen aus dem Winkel? Die Gegner haben einen Entschärfer eingefüßt, der wird zerstört werden. Entschärfer auf. Sofort zerstören. Scheißdreck. Oh. Mein Tank ist der letzte Tank draußen. Demnach hab ich. Demnach Nomad und... Nomad auch vorm Fenster. Kacke, kriegt ihr das böse Auge auch aus dem Winkel? Kacke, kriegt ihr das böse Auge auch aus dem Winkel? Habst du das vor mir gestorben? Ganz knapp. Ich hatte Nomad im Visier. Oh. Okay. ... ... Im Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Hm, jetzt da wieder offen. Ein Bombenstandort ist im Rahmen. Platziere Stacheldraht. Zehn Sekunden. Ist bereit. Es bleiben fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ist ja irgendwo eine Drohne, eine Nährgarage hier in meiner Ecke. Die haben wieder Montagne und Kali. Lanze macht auf. Montagne kommt Garage. Garage. Was? Weiß nicht. Ich hab doch gesagt, warum die Bahn auf? Einer ist verletzt runtergefallen. Das wird ziemlich brennen. Und dann jetzt vorm Fenster? Garage? Ich dachte doch, dass er da war. Wechsel Magazine. Hier ist ein Laser. Hier ist ein Laser. Ach Leute. Guck da das Loch an. Montagne ist tot. Träger aufgehalten. Am gelben Ping ist der Entschärfer. Weg wird das Garage oben. Ja, da war die Mine hinterm Rahmen. Am gelben Ping ist noch Schwarzbad. Mobiler Schütze erschossen. Also gewäschelt. Guck unter der Bombe. Ja, weil da ging Gummien hinter mir hoch. Ja, aber du siehst doch nicht. Ah, jetzt bin ich ja hier in dem Außenloch. Letzter verbleibender Gegner. Ah, scheiße. Jetzt kommt er da an. Ja. Da war wirklich noch einer. Kapital. Rotmarked Kapital. Kommt jetzt vor. Mobiler Schild. Geht ab. Geht ab. Gehen wieder zurück zum Tor. Äh, zum Loch. Eigentlich unter des eigenen Trucks verbleibt. Gut. Gut. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trucks. Es wäre echt praktisch, wenn man die Gummien, wenn die hochgehen, also generell, dass man bei den Gummien auch als Nicht-Läsionsspieler sehen würde, wo die Dinger sind. Dieser Explosiv-Anzeiger. Ihr wisst schon. Diese Anzeige, wo man sieht, wenn man Läsionen spielt, wo die Dinger liegen. Das wäre cool. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.